Bei ihm schon. Ist... ist er weg? Ja, dankbar. Oh, da scheint er wein zu sein. Buffkin! Hallo, Frau Snow. Trinken? So früh? Woher hast du das? Es war bei Mr. Rickobods desk. Dann, denkst du, es wahrscheinlich zu ihm gehört? Ja, vielleicht. Hm, wer bist du? Ich bin gut. Gut, Buffkin. Danke, dass du es gefragt hast. Buffkin, krieg die Bücher. Welche Bücher? Die, die mit den Fakten in den Fakten. Ich bin nicht sicher, dass das noch mehr spezifisch war. Bring die ersten drei. Be back in a few minutes. In Ordnung. Irgendwo. Der Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Oh, die Lampe. Ja, ich bin nur bereit, dass du dich... Magiklabs sind einfach nur Lampe. Nachdem der Genie hat sich freiwillig. Oh, hey, immer eine magische Lampe. Vielleicht hilft es uns. Ja, wir schauen uns hier erstmal nochmal um. Excessiv. Mhm. Wir sind gerade durch die Bücher gelaufen. Jack bringe sie zurück aus Appalachia. Wer weiß, wo sie vorhin waren, oder was er gemacht hat, um sie zu holen. Also, das ist nicht das, was ich hier habe. Ich kann... Ein Nutzen. Strength. Ich glaube, es kommt in allen Formen. Derweil. Ich werde sicher, dass ich ihn wissen lassen kann. Ja. Hier kann ich nicht lang, oder? Das ist kein Problem. Okay. Hey, Magic Mirror. Ich habe eine Frage. Du kennst die Regeln. Ich habe nicht Zeit für dieses Scheiß. Deine Impatience ist kallow. Du bist nötig kruel. Aber du hast ein wenig Respekt für unsere Historie und Regeln. Mirror, mirror. Wenn du so einig bist. Sag mir alles über dieses Fable. Sieh? Das war so hart. Ja, ich bin ungefähr zwei Sekunden entfernt von einem Kicken in eine Hohle. Es gibt keine Chance für das. Okay. Welchen Fable willst du wissen? Hm. Ein Woodsman, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ihr Name. Nicht immer noch. Also, bis du es tun kannst, kann ich dir nicht helfen. Ich weiß nicht. Ein Woodsman. Schau mir den Woodsman. Was macht Buffkin gerade? Hey, schau mir die Bottle und komm zu arbeiten. Still looking? Mhm. Wunderbar. Und Snow natürlich gut. Schau mir Snow White. Nicht viel von einem Request. Sie ist in diesem sehr Raum. In Ordnung. Niemand gerade jetzt. Sehr gut. Also, bitte zurück, wenn du möchtest, jemand anderes zu fragen, oder jemand anderes zu fragen. Ich bin sicher, dass wir es alles geschlossen werden. Okay, danke. Schauen wir mal dort vorbei. Mal sehen, was wir jetzt dort haben. Mal noch die Tarotkarten. Ah, da hinten ist noch was. Book of Favors. Was ist das? Ah, Book of Symbols. Schauen wir erstmal hier rein. Wir beginnen mit diesen. Any information on Fables in our community will be somewhere in diesen Büchern. Oh. Sehr schön. Fangen wir links an. Mit uns, den großen, bösen Wolf. Hm. Nee. Der Holzfäller. Und ihn. Der Holzfäller? Ja. Und seine Axt. Oh. Gute Frage, wo sind die Rotkäppchen? Und die zwei davon. Und ich wonder, was die Geschichte war. Was? Anscheinend kann es niemand so wirklich daran erinnern. Hey, da bist du. Schnellwittchen. Du wirst wärmer. Aber das bin ich. Die Zwerge. Die so ein bisschen böse gucken, muss ich sagen. Ja. Dwarves. Was ich gesagt habe, die besser. Sind sie noch sieben? Ja. Oh, da ist Beauty. Beauty. glücklicher. Ja, sie sieht dort wirklich glücklicher aus. Und Beast ohne seine Maske. Und ihr Mann. Beast. Wunderbar. Colin und seine Brüder. Stimmt, die drei Schweinchen. Daran hab ich gar nicht gedacht. Ist das Crane? Ich habe das schon gesehen. Dieses Symbol auf den Manns Klauen. Ist das gleiche wie die Räume. Vielleicht sein Vater. Oder sein Vater. Das hat die meisten der Ämblemen der alten Tage. Und meistens aus welcher Familie sie kommen. Wenn es hier ist, haben wir ihren Namen. Das ist Toad in seinen schlankeren Zeiten. Aber vorher will ich mich noch ganz umschauen. Gucken, ob er noch was ist. Ah, das Toad in seinen schlankeren Zeiten. Nice. Ja. Ich habe noch einen Badger gesehen. Er mag seine Privatsphäre, ich denke. Ich wünsche, Toad würde ihn ein bisschen mehr lieben. Und hier. Ah. Wer kennt die Geschichte nicht vom kopflosen Reiter? Ich hab ein Crane. Er ist schlanker. Was ist das? Dein Boss. Das ist der höchste Moment. Du wirst nicht verstehen, wie er in diesem Ort geht. Welche Dinge ändern sich. Vielleicht ist es Zeit, dass es sich verändert hat. Aber wir müssen uns mal hier umschauen. Bei den Symbolen. Alles nach und nach. Ah, großartig. Was? Ich kann keine von diesen Sch*** lesen. Ich kann helfen. Oh. Ja, danke. Danke schön. Wir schauen uns nach uns. Ich werde es nie tun. Ich werde es nie tun. Translieren. Hm. Ein exklusives Design aus der guten China von Toad Hall. Herr Toad. Er hat wahrscheinlich das in sich selbst geschrieben. Oh, warte mir jetzt erstmal. Ich will mich. Oh, ich kann gar nicht weiter. Okay. Das ist der. Woher ist dieses Symbol von? Welche Familie oder Geschichte? Das ist ein verbrecher. Ein Verbrecher Name? Al-Ala-Lairau? Ich gehe sie auf. Hal-Ala-Lairau. Das bedeutet alle Fisch in Deutsch. Dumpfli. Ja. Ja, was soll es sagen? Donkey Skin Girl, also known as Donkey Skin, also known as Ass Skin, prefers to go by the name Faith. Poetisch? Buffkin, wir brauchen die Kommentare. Die Geschichte von Donkey Skin. Es war einmal ein großer König mit einer wunderschönen König. Die Königin wurde ill und hatte ihre Wunderschöne die Wunderschöne der Königin. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... ...his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. So happy. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. Thank you. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Name was Faith. Yeah. I should talk to the husband. Stimmt. Er sollte es erfahren. Wir müssen es ihm sagen, ne? Nein. Ich nicht. Aber wir müssen ihn über seine Wunderschöne wissen. Ah, vielleicht gibt's da nicht noch mehr Seiten? Das interessiert mich. Geht's noch weiter? Nein. Ah, es geht aber noch hier lang. Ah, da. Unser lieber Holzfäller. Und da ist Dunkeyskin. Oh. What does it say about that? It says, Bricklebit in an older Elfish hat. What's Bricklebit? My magic word. What does it do? Makes animals shit gold. Das klingt familiar. Ja. Aus dem Achse der Wunderschöne, eigentlich hat es ein Druid. Niemand hört das Ding. Ich versuche nur das. Oder... ...eventuell... ...Escape drücken. ...Restume-Game? Okay, die hören auf. Nett von ihnen. Die wollten mich nur treu. So. What's that? It reads, Mark of the house of the frog prince. I don't know what I'm looking for. The frog prince. Ach, ja. Ja, das stimmt ja, der Froschkönig. War das Toad einmal? Deine Aussehen tut er nicht. Meinst du noch... Ach, Gott, ja. Ich denke mal, wir belassen das erstmal hierbei, weil die Baustellengeräusche ein wenig viel werden. Ich hoffe, ich werde wieder hier sein. Ich nose Masch life life mich an Gh benefits. 15 15 25 23 20